Ist da Gluten drin? Nee, aber sehr viel Handwerkskunst. Ist die leicht verdaulich? Nee, die hämmert einem richtig die Eingeweide durch. Oha, wie ein gut geöltes Endoskop mit Raketenantrieb. Bäm! Uff, dann aber nur mit Vollnarkose. Dann würde ich es Ihnen einmal beherzt über die Ome äumeln. Ja, gerne, aber mit Schmackes.